Äussergewändliche Zeiten mit äussergewändlichen Orgelklemmen. Wir gehen in eine Woche mit einem Gospel-Mädchen. Gospel hat seinen Ursprung bei den schwarzen Sklaven in Amerika. Gospel heisst übersetzt aber euch die frohe Botschaft. Bleibt gesund und bleibt zuhause. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020